Dies war von Machen wirt Lars, Hoppala oh Machen wirt Lars, Hoppala Und das helle Holz kann man gut für das Laminat benutzen also für den Boden finde ich Hä? achso hier so Benutzt du das Reorchestert, die Zelda-Lieder oder das Originale? Manche. So. Ne, falls was kaputt geht, nehme ich das mal lieber mit. Ja, die ganze Erde kann ich erstmal wegkauen. Bevor ich da mal dann auch wieder, da sitzt du und hab das wieder alles voll und... Ich kann nichts mehr tragen. So. Ups, der Knochen gehört da nicht hin. Capistone nehme ich mit, Holz nehme ich noch mit. Die nehme ich noch mit, ja. Ja. Oh fuck, hier ist ein Creeper! Yeah. Wee, du... Oh, Junge, der hat das fast mein Haus. Piss dich. Nein, du Fotze! Ich hab's schon gehört. So. Oh, der hat alles kaputt gemacht. Hm, 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 hm. Wie macht man Glasscheiben? Glasscheiben? Die dünnen? Ja. Oh, das war nicht. Die hab ich noch nie gemacht. Die find ich einfach nur scheiße. Ich find die gut. Echt? Ach so, macht man nicht. La, 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 la. So, aufs Dach wollte ich und das fertig machen. Und dann kann ich denen direkt was Schönes aufs Dach bauen. Krieg was Schönes aufs Dach, hm. Ich mach dir mal das Fenster rein. Jo. Da können wir ja auch, äh, die Dorfbewohner zum Beispiel hier drinnen einsperren. Also jetzt zwei, dann ist das ein Supermarkt, weil du kannst ja bei den Dorfbewohnern ja auch handeln. Ja, genau. Könnte man eigentlich machen. Aber die können die Türen ja aufmachen. Ja, aber wenn wir die jetzt einsperren, zum Beispiel so einen Zaum drum machen. Ah ja, stimmt. Das können wir machen. Dann ist das wie so eine Kasse, die ist wieder so da dran und so. Das wär echt nicht schlecht. Hier oben drauf ist dann eher, deren Scheiß Feld. Ja. Da muss man aber auch so machen, dass die da oben rankommen, ne? Ah, das wird schon. Machen die schon. Die haben's drauf, die kleinen Spackos. Die bauen ja auch richtig Zeug zusammen und sowas, ne? Ja. So. Und der Sortiermod ist richtig geil, vor allem wenn du jetzt einen anderen, wenn du einen Stack benutzt, jetzt zum Beispiel so ein Stack Holz und du hast aber noch einen Stack im Inventar. Und du machst dann den letzten Block von dem einen Stack, dann nimmst du sofort wieder das 64er Stack dahin. Weißt du, was ich mein? Ah ja. So, einen Eimer hast du mir gegeben, bräuchte ich noch ein bisschen Wasser. Das, finde ich, ist das geilste Lied von Occupyland of Time, das in der Windmühle. Hm. Obwohl, eigentlich, ne, eigentlich nicht. Das Beste ist Gerudo Valley, das aus der Wüste. Finde ich. Okay. Alter, das sind nur so komischen Bugs hier. Ach, das sind die Wolken da oben, die den Schatten machen so scheiße. Soll das hier so bleiben, ne, ne? Nein, Quatsch. Jetzt habe ich hier schon mal eine unendliche Wasserquelle, das ist schon mal geil. So, machen wir das hier weg und hauen dann da auch Erde hin. Beste Möglichkeit, um Dirt loszuwerden, Alter. Ups. Die beste Möglichkeit, um Dirt loszuwerden. So. Mal Kabel mit Dirt austauschen. So, ja. So. Ich würde mal den Lieder, dass sie ab und zu einfach so ganz hackend aufhören. Also mitten im Lied so wieder. Die Lieder? Ja. Ja. Eigentlich können wir jetzt auch bei deren Feld immer schnurren, wenn unser Feld voll ist oder so. So müssen wir nur irgendwie da irgendwie hochbauen. Ich würde einmal... Nur so eine Treppe da hoch oder so. Ich würde einfach hier so ein Holzding machen. Warte. Und hier dann so eine Leiter hin. Oh, was? Oder wir machen das einfach so hier. Ne, das ist doof. Ja? Ja. Wolltest du eine Leiter... Achso, ja, so ist gut. Können die da hoch, glaubst du? Ja, klar. Dann sollten die keine Leiter benutzen. Okay. Stimmt. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Obwohl das vielleicht doch ganz cool kommt. Warte mal. Man könnte das ja ein bisschen anpassen. Moment. So, warte. Naja, ist scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. So. Moment. Wobei, das war auch ganz cool. So. Musst du hier noch Holz hinmachen. Aha. So. Dann macht man einfach... Hier in so die Erde ist mal weg wieder. Das ist nicht schlecht. Und dann macht man hier noch so eine Ranken dran, weißt du? Ja. Ja. Ja, das ist echt guter Supermarkt. Ist echt... Kommen wir noch in eine Workbench rein. So. Na, 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 na. So. 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 Huskis haben noch sechs Stück, ey. Muss ich gleich wieder neu holen. Ah, klar, das ist wieder nicht reichend. Nein! Ah, fuck, was mach ich denn? Geht doch so. Geht doch so. Ups. Dammit. Hat's nicht. Und dann ist es da ein Haus, da ein Haus. So, dann kann man hier durchgehen. Durchgehen hier und... Was macht der denn? Nein. Obwohl das ist eigentlich voll geil, das sieht aus wie so eine Theke. Ja, man, das sieht aus wie so eine Theke. Ja. Also noch eine, guck mal, geil, wie geil das aussieht. Ja, musst du noch so eine Glasplatte da reinklatschen. Warte. Nein, keine Glasplatte, guck mal, das sieht aus wie so ein Schalter, man. Von so einem Supermarkt, dass du hier dann... Dann sperren wir den einfach so ein, dass der nur da stehen, da drin steht. Weißt du? Dass der da nicht mehr rauskommt? Dann steht der hier die ganze Zeit so drin und dann können wir den die ganze Zeit anlabern. Ja, stimmt. Ey, das ist richtig geil. Von draußen auch. Ja. Dann machen wir hier, guck mal. So was denn so rein? Ja, genau. Oder wir machen da einfach Holz oder einen Zaun oder sowas. Da kommt ein Ding hin. Ähm. Eine Falltür. Weißt du, wie eine Falltür geht? Ja, ich hab eine. Mach mal rein. Die liegt hier hinten. Die wollte ich nicht. Hier? Wo dran? Hier dran? Was ist der denn drin? Dann kann das immer so... Aber der kommt da raus. Der kann die aufmachen. Ja? Ja. Der kann alles machen. Der kann auch Türen und sowas aufmachen. Okay. Deswegen müssen wir da eigentlich einen Zaun hin machen. Also einen richtigen Zaun. Dann haben wir einfach Holz hin. So. Dann kommt der nämlich gar nicht mehr raus. Dann jump der wahrscheinlich die ganze Zeit rum. Dann können wir die ganze Zeit anlabern. Das ist geil. Weil... Vor allem das ist dann wahrscheinlich so ein Händler. Dann können wir die... Oh, das ist geil, Mann. Gute Idee. 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 Es ist immer nur... Hat er dann immer nur eine Fläche wo es reingeht? Ja. Gute Eunice noch mal Wasser. Nee hab ich wieder nicht. einmal jetzt brauche ich eine Truhe dann gehe ich jetzt da mir ja, mache ich so genauso ähm ich muss denn da uns hauen jo so oh, der Mund sieht geil aus bei Hannibal du hast auch Hannibal, ne? ja aber ich habe ein anderes als du echt? hm du hast das verkackte ich habe das verkackte? ja das hast du aber auch mal, oder? ja, einmal ganz kurz so, mein und dann wie ist das wie jetzt? äh, auch von Hannibal, aber es ist eine andere Version, also du hast äh, na kann man scheiß erklären du hast überall so eine Striche drum, so eine schwarze und so Hast du jetzt? Was war's denn Render? Ne, du. Hä? Man sieht übelst verpixelt aus. Hä? Wo hab ich denn bitte schwarze Striche drum? Bei der Spitzhacke zum Beispiel. Achso, stimmt. Dann musst du mir deins gleich mal schicken. Ist das auch hochauflösender, oder was? Weiß ich nicht. Nö, eigentlich nicht. Auch 64x64, oder was? Ich glaube, ja. Nein, jetzt hab ich mir deins weggeworfen. Hey, was ist das für ein Scheiß? So? Autsch. Na, wieso ist hier ein verkackter Scheiß-Zombie? Piss dich, Alde. Nervt nicht. Einen Brunnen hab ich gebaut. So. What the fuck? Ja, normal. Mein Minecraft geht einfach aus. Ja, so wie bei mir. Minecraft has crashed. Also, aber bei mir nicht. Aber das ist bis einfach ausgegangen. Nicker. So, egal. Ich suche jetzt einfach mal kurz den Sortiermacht. Zack, 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 zack. Ich mach jetzt hier weiter. Das Stück hier noch. Ich muss ja jetzt so viel aufnehmen, Alter. Wieso, wie viele Parts hast du jetzt noch? Ah, ich hab noch ein paar. Ich glaub, drei, vier Stück hatte ich jetzt noch so. Oder sieben, oder sowas? Und ja. Aber ich nehm vorsichtshalber mehr auf und lad mehr hoch. Falls ich das mit dem Internet zum Beispiel nicht so schnell hingekriegt hab. Wo krieg ich denn den neuesten diesen Mod-Loader her? Weiß ich nicht. Ich muss ja mal eingehen, in Ruhe. Wo reich denn hier bin's Scheiß? Ah, hier ist es. Äääääääääääääääääääääääääää. hey warum ist da noch holzding vor warum ist da sind da drei holzdinger vor das zeug hier mal wieder bringen aber ich glaube das war es mit der aufnahme session und wir sind es ja bei der nächsten aufnahme session wieder alles klar bis dann tschüss